Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, und die guten Gucker unter euch wissen natürlich schon, wo ich hier stehe. Zur Zeit ist in Minecraft so ein kleines Event. Für einen Minispielmodus sollen wir eine Map erstellen, die quasi für zwei Spieler sein soll. Die wird nochmal nach da hinten kopiert und dann wird es eine PvP-Map sein, also das heißt 2 vs. 2 oder so. Ich bin nicht so der PvP-er, aber ja, wir brauchen auf jeden Fall Holz zum Stöcke machen und Waffen herstellen. Wasser natürlich, was zu essen, ganz wichtig. Dann brauchen wir, ähm, was brauchen wir noch? Also hier aus dem Gras kriegen wir neue Samen zum nochmal pflanzen. Dann bauen wir hier gerade unseren großen Tempelhof. Den werde ich wahrscheinlich, also ich werde die Sandfläche vielleicht etwas verkürzen, ich weiß es noch nicht genau. Oder ich werde sowieso vielleicht eine andere Schicht nehmen, ich bin noch nicht ganz so sicher. Ja, auf jeden Fall, ähm, da drinnen bauen wir eine Küche, ähm, eine Bücherei zum Sachen verzaubern. Ähm, ja, eine kleine Schmiede vielleicht für, ähm, Schwerter reparieren oder so. Vielleicht nur als Deko oder so, ich weiß es noch nicht genau. Ähm, ich war halt am Knüffeln hier, wegen dem Dach. Ähm, ich zeige euch jetzt gleich. Ihr seht hier, ich habe es jetzt endlich geschafft, die Verbindung zu machen. Also, dass das hier jetzt, ähm, so in sich hineingeht. Am Anfang war das leider nicht so. Und da ist es hier. Hoppala. Oh, habe ich Caps drin? Ja, auf jeden Fall habe ich es jetzt geschafft, parallel so hinzubekommen. Das ist natürlich sehr schön für mich. Ähm, jetzt will ich mal eben gucken. So, ich denke, das ist so ganz okay. Ja, ähm, ich werde das Dach heute auf jeden Fall fertig machen. Ich bin nur überlegen, ob ich noch eine Reihe hoch soll. Ich denke schon, so auf diese Höhe mit dem Dach sollte, glaube ich, okay sein. Das heißt, wir machen das Dach so jetzt hier so auf diese Höhe. Und was dahinter ist, mache ich alles flach. Es wäre ja noch schön, wenn man irgendwelche Statuen hier hin machen könnte, so im Kreativmodus. Das wäre ja echt cool. Aber leider... Bin ich hier richtig? Ja, doch, ich denke, ich bin hier richtig. So. Ja, aber leider geht das nicht. In der letzten Folge haben wir natürlich sehr viel geschafft. Ich habe das Grundriss vom Haus fertig bekommen. Ich habe, ähm, ja, die Fläche gemacht. Ich habe das Dach soweit eigentlich fertig. Dann halt noch ein bisschen so Türen und Fenster und so, wie ihr sehen könnt. Das haben wir jetzt schon alles fertig. Ich mache mal hier noch so, zack. Damit wir da eine kleine Verbindung haben. So, und ich glaube, ab hier mache ich das jetzt alles gerade. Das heißt, hier unten drunter mache ich alles weg. Wie gut, dass wir im Kreativmodus sind. Denn da geht das alles viel schneller weg. Ja, ich weiß, sorry. Das war nicht beabsichtigt. Oh, nee, doch, die waren richtig. So. Ab hier machen wir alles gerade. So natürlich auch auf der anderen Seite. Und dann gucken wir doch gleich mal. Also wir sind auf jeden Fall dann schon fast fertig mit unserer Map. Wir werden dann nur noch die Inneneinrichtung machen müssen. Und dann sind wir auch schon fertig. Und dann haben wir es auch gerade so geschafft. Ich meine, wir haben heute Freitag. Und bis Sonntag haben wir natürlich Zeit. Aber... Ja, ne? So. Ach ja, ich wurde gefragt, ob ich, wenn ich was aufnehme, ob ich das direkt hochlade. Das ist leider bei mir ziemlich unterschiedlich. Manchmal schaffe ich das nicht hochzuladen, wenn ich das an demselben Tag aufgenommen habe. Denn ich bin auch im Real Life sehr beschäftigt. Ich habe auch ein paar Sachen zu erledigen oder so. Und ja, ne? Da komme ich dann meistens gar nicht wirklich pünktlich dazu. Allerdings versuche ich so gut, ich kann täglich ein Video hochzuladen, damit ihr natürlich viel von habt. Das ist natürlich das Mindeste, was ich machen kann. Und ich finde das ja auch schön, dass einige fragen, ja, wann kommt denn ein neues Video hoch? Und, ähm, also ein Kram. Finde ich natürlich total toll. Das lässt mich dann nicht ganz verzweifeln, dass doch keiner meine Videos gucken sollte oder sowas in der Art, ne? Ja, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und, ähm, da fehlt jetzt eine Stufe. Okay, die mache ich gleich weg. Beziehungsweise wieder hin. Aha, hier ist das. Okay, dann bleibt das da. Dann machen wir das da hin, damit wir Bescheid wissen. Ja, so ist das. Und, was ist das Falsche? So, zack. Ähm, so. Hier muss jetzt wieder ein Balken hin. So, und jetzt habe ich das da wie gemacht. Zack, zack. Und, nein, verkehrt rum. So, zack. Ja, Symmetrie, Symmetrie ist mir sehr wichtig. Wie ihr ja schon alle wisst. So, jetzt brauchen wir nochmal eine Stufe. Die haben wir da. So, zack. Und jetzt haben wir unser Dach hier schon fast fertig. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch hier eine Leiter und so nach oben bauen. Und. Ja, vielleicht können wir noch irgendwas mit Smaragd basteln. Und das als Jade abstempeln. Das wäre natürlich auch total cool. Denn, ähm, ja, was wäre ein Tempel ohne Jade, ne? So. Das sieht doch schon mal so ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie die, ähm, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Einmal hier komplett rummachen. Machen wir so. Und dann haben wir es auch noch fast rechtzeitig geschafft. Das ist natürlich sehr schön. Und ja, ich wollte noch ganz kurz ankündigen, dass ich das Fiesta Let's Play ein wenig früher beenden werde als geplant. Denn, ähm, ich habe noch so viele neue Spiele, die ich spielen möchte. Und so ein Online-Spiel kann man immer zwischendurch spielen. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall pausieren und mir ein anderes Spiel aussuchen. Was, ähm, was kein Online-Spiel ist. Und ja. Und ja, das werde ich dann weiter aufnehmen. So, und falls ihr sagt, ähm, oh nein, bitte macht doch das Let's Play von Fiesta weiter. Äh, das bezweifle ich sehr stark. Aber, ja, okay, vielleicht der Zorro, weil er unbedingt mal mitmachen wollte. Ähm, aber ich habe da so viele Spiele, die ich gerne spielen möchte. Und wir starten ja jetzt auch ein Let's Play Together von, ähm, Killing Floor. Das Spiel ist einfach nur der Hammer. Das macht so viel Spaß. Und ja. Das werden wir auf jeden Fall jetzt demnächst zu viert, wenn wir Glück haben, am Anfang. Und ja, ich hoffe, ich kann mich da gut schlagen. Aber was soll ich als Frau machen? Sind ja halt die Jungs die guten Zocker. Aber ich denke, ich werde mich, äh, gut schlagen. Hoffe ich, denke ich, werde ich. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, ganz klar. Und ja. Natürlich gibt es ein paar Menschen, die sagen, oh nee, solche Spiele sind nix für Frauen. Die gehören eher hinter den Herd oder so. Da muss ich aber sagen, Junge oder Mädel, du bist im falschen Zeitalter. Beziehungsweise mache ich das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich bekomme beides unter den Hut. Mein Haushalt, meine Pflichten als Frau und auch das Zocken. Und wer das kann, bei dem läuft alles gut. Würde ich mal so sagen. Ja, und ich habe heute irgendwie nix zu erzählen, deswegen laber ich irgendwie nur scheiße. Ich weiß gerade nicht, was ich so sagen soll. So, okay. Die Wände haben wir jetzt auch schon fertig. Machen wir ein bisschen Licht, damit wir auch was sehen. Gut. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. So, dann wollen wir mal gucken. Ich wollte jetzt noch hier schnell was machen. Ah, was kann man denn machen? Ich meine, wir haben hier Smaragdblöcke hier irgendwo. Warten wir die denn hier? Ich weiß aber nicht, was gut aussieht. Was könnte man als Jala abstempeln? Ich meine, das glitzert so schön, ne? Ich denke, wir nehmen den Block raus. Nehmen nur das Smaragderz. Ich meine, die können ja im PvP nix damit anfangen. Das gehört dann nur zur Deko. Ja, ich werde hier die Pflastersteine hinsetzen. Ich denke, das kann man so lassen. So, und wo hauen wir jetzt die Jade hin? Wo hauen wir unsere Jade hin? Vielleicht nicht so direkt am... Am, am, am Dingens. Die Mauer wollte ich noch. Aber das sieht auch doof aus, ne? Das sieht doof aus. Man gefällt mir nicht so. Oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir können das ja nochmal ein hochziehen. Dann ist das ein bisschen länglicher gezogen. Können wir mal gucken. Aber dann würde ich sagen, machen wir den Holzzaun dahinter weg, oder? Ne, den Holzzaun können wir da lassen. So. Bleibt der Holzzaun da? Gut. Ja, ich ziehe das dann jetzt einfach mal durch. So, zack, zack, zack. Einmal da hoch. Ja, und falls wir nicht gewinnen sollten, hatten wir ja, wie gesagt, halt eine schöne Zeit hier. Wir durften hier, wir durften hier sehr viel im Kreativmodus bauen. Ich bin auf jeden Fall total davon angetan, endlich mal wieder was im Kreativmodus zu machen. Also ich hatte mich ja drauf gefreut. So, ähm, ich wollte noch diese komischen Dinge haben, die in der Wüste wachsen. Wie heißen die denn jetzt? Da war ja irgendwas, was nur in der Wüste auf dem Boden wächst. Irgend so ein Korallkram oder sowas. Hm, da muss ich mal gucken. Einen Plattenspiel, da können wir ja auch reinhauen, dann haben wir ein bisschen Musik. Okay, hier ist nix, das ist nur Redstone-Kram und so. Da muss das hier sein. Ich glaub, war das ein toter Busch? Ich bin nicht sicher. Ja, das ist der. Ja, ne? Ein verlassener Tempel. Lauter tote Büsche. Kann man das auch verdoppeln? Nee, geht nur einmal. Okay. Gut, wissen wir Bescheid. Ähm, wir können... Hier jetzt noch ein paar Fackeln draufsetzen. So, machen wir mal so drei. Mal zwei dazwischen. Gucken, ob das reicht. Boah, ja fast. Was ist, wenn wir drei dazwischen lassen? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ja, dann wäre hier am Anfang. Gut, ist aber nicht so schlimm. Gut, dann lassen wir am Anfang ein dazwischen und sonst drei. Hm? Eins, zwei, drei. Ah, okay, doch. Passt. Gut, okay. Ja. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir eine Schicht Stein obendrauf legen sollen. Wir können ja mal gucken. Das kann jetzt alles weg. Das brauchen wir nicht mehr. So, da haben wir das und da haben wir das. Oh doch, ich brauche dann die Bruchsteine. Da, so. Na ja, ich weiß nicht. Dann habe ich aber auch das Dach schon wieder so doof. Ne, ich glaube, ich lasse das weg. Das können wir weglassen. Ja gut, ich lasse das dann einfach so. Mein Gott. So, wichtig sind auf jeden Fall Druckplatten. Die waren ja auch hier irgendwo. Da haben wir sie. So, zack, zack. Genau. So, und dann können wir uns eigentlich auch an die Inneneinrichtung machen. Hm. Wir machen hier eine Leiter hin, aufs Dach. Du, 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 du. Wo sind die Leitern? Deko. Da sind die Leitern, genau. So. Machen wir uns hier eine Leiter hin in die Ecke. So. Und dann müssen wir nochmal hier irgendwie hüpfen. Ach gut. Okay. Da können wir noch einen hinsetzen, dann geht das einfacher. So, und dann sind wir hier auch auf dem Dach. Und ja, dann kann man hier halt flüchten und so, ne? Vor seinem Verfolger. Gut, soviel zum Thema dazu. Ähm. Dann kommt jetzt die Bücherei. Wir brauchen natürlich auch Ofen, ein Lava-Eimer, Ziegelsteine. Wo sind die Ziegelsteine? Da sind die Ziegelsteine. Ähm. Bücherregal. Ein Zaubertisch. Wo haben wir den Zaubertisch? Das kann man auch noch nehmen. Okay, ich sollte zuerst eins machen. Ähm. Hier machen wir auch noch eine Leiter nach oben. Okay, machen wir zuerst hier die Küche. Das heißt, wir wollen hier eine kleine Lava-Stelle machen. Ob das gerade so gut war, weiß ich nicht. Brennt der Boden? Machen wir lieber so. Bevor da mein ganzes Ding ins Weg ist. Ähm. Ich glaube, ich sollte lieber Lava-Steine nehmen. Ach. Lava-Stu... Ach. Ziegelstein-Stufen nehmen. So. Oder? Dann sieht das nicht so fett aus. Müssen wir mal gucken. Ziegel-Stein-Treppen-Stufen. Irgendwie sowas da. Okay. Okay. Sieht doch schon um einiges besser aus, würde ich sagen. Gut. Okay. Damit brauche ich jetzt noch die Platten. Die haben wir da. Ja, und ich habe das mit dem Fenster schon gesehen. Ich überlege mir gleich was. So. Das heißt, die Lava- und die Ziegelsteine können schon mal weg. Dann machen wir uns jetzt hier... Ähm. Da hinten kommt die Bücher-Ecke hin. Ähm. Ähm, 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 ähm. Wo machen wir uns denn unser... ...unser... ...unser... ...unsern Ofen hin? Sollen wir hier... ...den Ofen hin machen? Wie sieht das aus? Ist ja auch eigentlich relativ egal, oder? Zwei Öfen. Machen wir da eine Werkbank hin. Das ist eine gute Frage. Ich könnte aber auch den Dingens hier, den... ...den Schmiededingensbumens hier im Keller machen. Das ist jetzt auch die Frage. Wir machen das mal unten hin. Dann brauchen wir noch mal einmal Schwarzholzdingensbumensbretter. So. Aber so ungefähr werde ich den dann auch unten hin machen. Äh. ...ja, Inneneinrichtung ist eigentlich einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Aber irgendwie... ...so gerade... ...will das nicht, wie ich will. So, dann brauchen wir noch einen Eimer Wasser. Wegen Kessel und so, ne? Und jetzt tue ich mal den zweiten Ofen weg. Obwohl, es sind ja zwei Leute, ne? Könnten ja Ofen auch übereinander stellen. Sandsteinstufen, die wollte ich doch gar nicht. So, Kessel kann weg, Ofen kann weg, Werkbank und Leiter. Ah, die Leiter brauche ich gleich noch mal. Ähm, was wollte ich? Ich wollte einen Baumstamm haben. Nehmen wir mal Eiche jetzt einfach, so als Abwechslung. So, zack. Für unseren Brauständer. Ne, gefällt mir nicht. Ich muss das ändern. Leider. Äh, ich brauche dann wieder den Kessel. Ähm, den Kessel, dann brauche ich noch mal den Ofen und die Werkbank. Na klar, hau ich mir ein Loch in die Wand. So, zack. Und jetzt werde ich das ein bisschen anders machen. Ähm. Und zwar. Na, wo haben wir denn jetzt? Nimm das und die Stufen wollte ich. Stufen. Nein, kein Fichtenholz. Na, wir können auch die Stufen nehmen. Kein Ding. Habe ich hier schon wieder weggeschmissen. Oh mein Gott. So, da. Wir bauen uns jetzt so eine kleine Anhörung hier. So. Und hier kommt der ganze Kram drauf. Zack. So, soll ja, hübsch aussehen, ne? So, und dann wollten wir noch die Birken-Dingens haben. Birkenholzstufen. Ah, jetzt muss ich mal gucken. Sollte, glaube ich, so okay sein. Oder? Ja, ich denke schon, zu hoch. So. Gut, okay, Werkbank haben wir. Dann brauchen wir jetzt noch ein Holzstück. Das kommt da in die Ecke. So, genau. Für den Brauständer. Für den Brauständer. So. Ja, das sollte ja eigentlich so reichen. Kann man eigentlich so durchgehen lassen. Punkt. So, dann kann das alles schon mal wieder weg. Jetzt kommt die Bücher-Ecke. Die sollte natürlich nicht so schwer sein. Bücherregal, die Stufen. Wo waren die noch mal? Die waren doch auch hier irgendwo. Das sind die Stufen. Und jetzt muss ich gucken, wo der Zaubertisch ist. Ah, da ist er ja schon. Perfekt. Und wo ist der Plattenspieler? Ich hätte gerne ein bisschen Musik. Den Plattenspieler kann man hier in die Ecke reinhauen. Und dann mal irgendeine Platte. Wo sind die Platten? Waren die nicht hier irgendwo? Ah, hier. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine. Oh. Ja, lassen wir die einfach mal. So ganz kurz. Das klingt doch irgendwie irgendein. Irgendwie ein wenig so japanisch, oder? Oh, nee. Jetzt nicht mehr. So. Hier kommt auch hier bei der Zaubertisch hin. Wir gucken mal, was es noch so gibt. Die Musik ist ja irgendwie ziemlich krackelig. Wir hören uns jetzt mal alle an. Und gucken, welche die beste ist. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott. Voll die Jazzmusik. Nein, danke. Schön ruhig. Okay, die vielleicht. Was ist das? Oh, kaputt. Oh Gott. Was zum Teufel? Was zum Teufel ist das? Nee, weg damit, ey. Oh Gott. Also tot sind wir noch nicht. Wie viel hatten wir gerade? Fünf, ne? Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm, nein. Fängt schon doof an. Ach du Scheiße. Wir sind doch nicht mehr in den 70ern. Echow. Ja, die lassen wir jetzt mal. Aber ich mach das ein bisschen leiser. Es kommt mir total laut vor. Musikblöcke. Was sind denn Musikblöcke? Sind das die Musikblöcke? Ich lass das jetzt so und fertig. Ähm, ja, Bücher sind genug da. Hoppala, die muss ich mal auch noch alle rausmachen. Wir haben was zum Verzaubern, wir haben was zum Brauen und Kochen. Äh, oben können wir abhauen. Ja, ich würde sagen, wir können das so lassen. Machen wir, zack, machen wir lieber da. Ja, mehr Licht. Wir könnten ja jetzt noch ein paar Dingens hinstellen. Ein paar Bilder. Aber auf meinem Texturumpack habe ich keine schönen Bilder. Beziehungsweise wie ihr seht. Ich habe hier dieses RPG-Dingens. Äh, deswegen passt das nicht so. Ja, ich würde sagen, ich lass das jetzt einfach so und wir sind fertig. So, hier kann man dann runter. Zack. Ohne sich weh zu tun. Also, ja, ich denke, man kann das so lassen. Man hat genug Essen. Man hat Licht. Man hat ein paar Überraschungen im Keller. Ja, eindeutig. Äh, da habe ich ordentlich was versteckt. Gutes wie Schlechtes. Ähm, ja, die Melonen, die wachsen so lala, sehe ich gerade. Eine ist schon da. Die brauchen wohl ein bisschen Zeit. Ich meine, die haben eigentlich in alle Richtungen ein bisschen was an Platz. Ich denke, man kann es so lassen. Ich denke, ich lasse das so und, ja, wir werden dann sehen, wer gewinnt. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass die Nummer, welche war das? Sieben? Ich glaube, sieben. Sieben oder acht? Die Acht. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Nummer acht gewinnen wird, weil das mit dem Berg ist eigentlich eine coole Idee. Ja, und sobald ich natürlich weiß, wer gewonnen hat, halte ich euch auf dem Laufenden und werde es euch sagen oder beziehungsweise eventuell auch zeigen. Ähm, ja. Aber ich denke, unsere kleine Ecke kann sich sehen lassen. Und, ja, wieso nicht? Ich meine, ne? Haben wir doch schön gebaut, oder? Also ich bin relativ damit zufrieden. Ähm, vielleicht sollte ich noch irgendwo ein paar Baumstämme hinmachen. Ich weiß nicht, ob das zu wenig Holz ist. Ansonsten können die auch noch das Haus abreißen und die zu Stöcken verarbeiten. Warte, wir gucken mal, ob wir das noch machen können. Warte mal. Wir haben Birke und wir haben Birkenholzbretter. So, ich gucke mal. Wir können ja so in den Birken selbst nämlich auch noch ein paar Holzdinger verstecken, damit genug Holz für die ganze Truppe da ist. und so, oh, nee. So, und dann verkleiden wir das Ganze wieder mit mit dem, ähm, mit dem Birkenlaub. So. Auch hier mache ich das Gleiche. Ist ja wurscht, wie rum das Holz ist. Hauptsache, es ist genug Holz für die Leute da. Also ich selber werde hier nicht sehr oft sein, denn, ähm, immer wenn ich spiele im PvP, dann, weiß ich nicht, rege ich mich immer auf, wenn man gegen die Regeln spielt oder so, voll, wie so ein, weiß ich nicht was. Nee, das kann ich einfach nicht ab und das ist absolut nicht meins. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir lassen es so und ja, ich, ich meine, es gefällt mir. Jetzt haben wir zwar kein Schmiede-Armboss-Ding ganz bummens da, aber die PvP-Runden sind eh so kurz, also von daher brauchen die das auch nicht. Gut, liebe Freunde, ich werde das jetzt so lassen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch vielleicht auch ein wenig inspirieren oder ja, wenn ihr mir vielleicht, äh, Verbesserungsvorschläge schreiben wollt, bin ich dafür natürlich gerne offen. Ähm, schreibt es einfach in die Kommentare, so wie der Pharao, der macht das nämlich auch ganz gut und gern. Ähm, ja. Damit verabschiede ich mich jetzt und werde mal ein wenig schuften gehen bei Keks. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ich bin deshalb ein wenig schuften. Ich bin dann. Ich bin dann. Vielen Dank.